Herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe von Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mespotin an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos und das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, ist, ich hoffe doch, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, von Yevgenyitsch Samyatin, das Buch Wir aus dem Jahre 1920. Sorry. Die überlebenden Menschen sich so dachten, vielleicht sollten wir die gesamte Gesellschaft komplett anders managen und vor allen Dingen nicht mehr so versuchen, das durchzuziehen, was in der Vergangenheit immer so klassisch für die ganzen Probleme gesorgt hat. Hauptsächlich natürlich unsere tierischen und animalischen Instinkte und Herangehensweisen an das Leben und das führte dazu, dass die Gesellschaft sich dazu entschloss, eine komplett neue Gesellschaftsform zu wählen, eine die auf Vernunft hauptsächlich basiert. Und diese Gesellschaftsstruktur nennt sich der einzige Staat, geführt vom großen Wohltäter. Und dieser Wohltäter ist halt so quasi der, in Anführungszeichen, Anführer des gesamten Staates. Und dieser Staat ist jetzt nicht mehr so ohne weiteres jetzt so weltumfassend, sondern besteht aus lauter Startinseln, die auf der gesamten Welt existieren. Beziehungsweise sind es nicht wirklich Anzaftinseln, aber es sind so quasi so Städte, die so quasi vom Rest der Welt abgeschottet sind. Und in diesen Inseln ist alles wirklich perfekt. Da ist alles perfekt durchgeplant, alles perfekt organisiert. Die Menschen basieren alles, was sie tun, auf rationellen Gründen. Und es ist von vorne bis hinten alles perfekt durchgearbeitet. Die Menschen sind auch wirklich hundertprozentig der festen Überzeugung, dass die Art und Weise, wie sie leben, wirklich auch das Beste ist. Weil im Endeffekt schon seit dem Ende des 200-jährigen Krieges haben sie keinen Krieg mehr. Also es ist wirklich alles wunderbar. Und diese Form der Durchplanung führt dann dazu, dass das Ganze im Laufe der Zeit zu einer Art Technokratie wird. Bis hin dazu, dass selbst die Einwohner dieser Städte keine Namen mehr haben. Die werden einfach nur mit Buchstaben und mit Nummern bezeichnet. Und das führt natürlich dazu, dass über Namen man halt keine Klassenunterschiede mehr herstellen kann. Und im weitesten Sinne gibt es auch keine Klassenunterschiede mehr. Also alles, was wirklich Gesetz ist, das ist halt wirklich der Plan. Und dieser Plan nennt sich die Gesetzestafel. Und die Gesetzestafel ist nicht sowas, was wir jetzt so kennen, so das Grundgesetz oder das Strafgesetzbuch oder so. Sondern es handelt sich eigentlich dabei um einen konkreten Arbeitsplan oder Lebensplan, nach dem jeder konkret zu leben hat. Und konkret ist da wirklich Minuten genau aufgeschlüsselt, wann jeder aufzustehen hat, wann jeder konkret zur Arbeit zu gehen hat, wann jeder nach Hause zu kommen hat, wann jeder isst. Alles ist perfekt durchgeplant, sodass man wirklich sich 100%ig darauf verlassen kann, es ist so, wie es jetzt ist und so wird es auch in Zukunft sein. Das heißt so, es gibt keine Überraschungen und dadurch auch relativ wenig Konfliktpotenzial. Aber wenn alle gleichzeitig essen, wenn alle gleichzeitig arbeiten, wenn alle gleichzeitig schlafen gehen, was für Konfliktsituationen soll es da noch entsprechend geben? Und das ist wirklich alles, ja, eine wunderbare Utopie. Diese Stadt ist umringt von einer grünen Mauer und diese grüne Mauer wird auch als solche bezeichnet. Und außerhalb dieser Mauer fängt so die reale Welt an. Das ist so eine Welt, in die sich die Einwohner nicht mehr raustrauen. Sprich Pflanzen, Bäume, Natur, alles was so, ja, nicht perfekt planbar ist, wurde halt einfach alles hinter dieser Mauer mehr oder weniger verbannt, abgeschottet. Und nur hin und wieder so, gerade so in der Frühlingszeit, kommt dann so gelber Staub, wahrscheinlich sind das so Pollen von irgendwelchen Pflanzen, über diese Mauer rübergeweht. Und nach diesem kleinen Stückchen wurde natürlich auch klar, dass es hundertprozentig jetzt natürlich auch nicht technokratisch zugehen kann, weil im Endeffekt der Mensch ist und bleibt nun mal ein Mensch. Das führt dazu, dass die Gesetzestafel auch zwei Stunden, eine Stunde morgens, eine Stunde abends zur individuellen Verfügung der einzelnen Einwohner hat. Das nennt sich persönliche Stunden. Das sind so die Sachen, wo halt so die unschicklichen Sachen durchgeführt werden, weil auch die müssen sich irgendwie fortpflanzen. Und ja, aber ansonsten ist das wirklich so perfektioniert und wahrscheinlich wird auch in Zukunft dieses Problem gelöst, sodass selbst für die persönlichen Stunden eine ordentliche Möglichkeit gefunden wird, diese auf eine Art und Weise zu vollziehen, dass es für die gesamte Gesellschaft wunderbar ist. Und diese Gesellschaft entschließt sich nun, ein Raumschiff zu bauen und dieses Raumschiff nennt sich Integral. Und der Zweck dieses Raumschiffes dient dazu, die Gesellschaftsform, in der sie leben, unter zivilisierten Raumvölkern, also anderen Völkern im Universum nahe zu bringen. Sprich, dort alles, was diese Gesellschaft zu bieten hat, zu sammeln und dann mit dem Integral ins Weltall rauszuschicken. Und wenn eine außerordentliche Zivilisation jetzt darüber starb, dann kann sie aus diesen Erfahrungen natürlich lernen und versuchen, auch eine solche technokratische Gesellschaft bei sich selber zu integrieren. Was eben in den Augen der Gesellschaft dieses einzigen Staates natürlich wirklich die Perfektion einer Gesellschaft einfach nur darstellen kann. Und so ein Raumschiff baut sich natürlich auch nicht von selbst und man kann jetzt auch nicht sagen, so jetzt macht man alle, erst recht nicht in einem so technokratischen Staat, wie der einzige Staat das ist. Und da gibt es einen Chefkonstrukteur dieses Raumschiffes, des Integrals, und das ist D503. Und D503 ist dafür verantwortlich, dass das Ganze technisch auch ordentlich funktioniert, dass das Ganze ordentlich aufgebaut wird, dass es möglichst perfekt auch alles funktioniert. Die Inhalte, die dann mit dem Integral ins Weltall geschickt werden sollen, sind jetzt nicht irgendwelche willkürlich zusammengewürfelten Inhalte, sondern bestehen aus lauter Inhalten, die von allen Leuten herstammen. Also allen, die im einzigen Staat wohnen und da werden halt entsprechend wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt, gesellschaftliche Erkenntnisse. Es werden natürlich auch Gedichte gesammelt, also Gedichte auf die wunderbare Poesie von Werkzeugen, von Maschinen, von Durchdachtheit. Und auch D503 als Konstrukteur des Integrals wurde dazu mit aufgefordert, etwas dazu beizutragen, was dann ins All geschickt werden kann. Und er selbst hält sich jetzt nicht so sonderlich für den, ja, für denjenigen, der jetzt imstande ist, großartig irgendwelche Inhalte zu produzieren. Und er versucht es trotzdem und schreibt eine Art Tagebuch. Und in diesem Tagebuch schreibt er so seine Gedanken zum einzigen Staat und zur Gesellschaftsform rein. Und seine Bewunderung für die Perfektion und für die Durchdachtheit der Technokratie. Und versucht natürlich den Außerirdischen, für die er das schreibt, die Gesellschaftsform näher zu bringen, klarer zu machen, warum das wirklich die beste Art und Weise ist, wie man eine Gesellschaft organisieren sollte. Und führt dazu auch regelmäßig Beispiele an aus unserer Vergangenheit, indem er die Gesellschaftsform des einzigen Staates vergleicht mit der Art und Weise, wie die Menschheit früher gelebt hat. Und dass es echt absurd war, dass die Menschheit hat überhaupt auf irgendeine Art und Weise überleben können und sie nicht selbst an sich selbst gescheitert sind. Und er reflektiert das Ganze anhand dessen, was so seine Vorfahren, also wir quasi getan hätten, beispielsweise allein schon die Tatsache, dass es in diesem einzigen Staat ein Konzept von Ich überhaupt gar nicht gibt. Und auch nicht in Bezug auf Besitzdenken, sondern dass sowas wie Beziehungen oder auch allgemein irgendwelche Wirtschaftsgüter oder so, dass sie halt von allen geteilt werden. Deswegen wird auch immer von Wir gesprochen. Wir sind eine Gesellschaft. Wir sind eine Einheit. Und das Individuum, das zählt in dieser Form gar nicht so wirklich. Eines Tages nun kommt zur persönlichen Stunde von D503 seine quasi Partnerin O90 vorbei, um ihn zu einem Spaziergang abzuholen. Denn für normalerweise werden die persönlichen Stunden der einzelnen Nummern dazu genutzt, eine Art Ausgleichsspaziergang zu machen. Das sieht dann so aus, dass alle runtergehen auf die Straße. Es wird Marschmusik gespielt, die musikalisch perfekt durchstrukturiert ist. Und dann marschieren sie in perfekten Viererreihen, in perfekten Gleichschritt quasi durch die Straßen. Und D503 erinnert sich so an seinen Arbeitstag, frühmorgens an dem Tag, als er wirklich mal wieder die Perfektion der technischen Elemente, der Art und Weise, wie die Konstruktion, das Integral vonstatten geht, ja diese Poesie quasi erleben konnte. Und das ihn wirklich total in Verzückung gesetzt hat. Und daran hat er sich in dem Moment wieder erinnert, durch diese Perfektion der Art und Weise, wie alle marschieren perfekt zur Musik. Und plötzlich kommt ihn in so Erinnerung, dass in einem Museum früher, er mal gesehen hat, wie früher, als die Menschheit noch nicht so perfekt durchorganisiert war, wie da die Welt vonstatten ging und es einfach nur totales, pures Chaos und man kann sich eigentlich gar nicht so wirklich ernsthaft vorstellen, wie das Ganze funktionieren soll. Und das kam ihm dann so absurd vor, dass er unwillkürlich erstmal lachen muss und zwar so richtig lauthals. Und spontan kommt von seiner Seite quasi ein Lachen als Echo zurück von einer anderen Nummer. Und er blickt sich so um und er blickt dann I330. Und I330 ist schlank, sehnig und geschmeidig wie eine Gärte. Und wenn sie die Augenbrauen hochzieht, dann formt ihr Gesicht quasi so eine Art X. Und das macht ihn so ein bisschen total wuschig und total verwirrt. Und auf jeden Fall kommen die beiden so ein bisschen ins Gespräch über die Philosophie, dass D-503 natürlich von der Perfektion dieser Welt hundertprozentig überzeugt ist. Und I330 hinterfragt ihn so ein bisschen so in Form von, ist das wirklich so? Jedoch sagt nicht offensichtlich so, es könnte auch sein, dass die Perfektion falsch ist oder so, sondern sie hinterfragt einfach nur. Und D530 ist erstmal total irritiert. So, äh, was sollen das jetzt? Die Perfektion ist doch großartig und wunderbar. Und uns geht es so gut, wie es noch nie jemandem in der Vergangenheit hatte gehen können. Und, ähm, ja, was sollen diese Fragen? I330 schaut ihn aber trotzdem so seltsam an und sagt dann so zum Abschied, vielleicht sehen wir uns ja morgen im Auditorium 112. Und, äh, D-503 ein bisschen irritiert so, hm, ja, wenn ich eine Order bekomme, dorthin zu gehen, dann ja, die bekommt er dann auch, um dann am nächsten Tag dann dorthin zu gehen. Und auf jeden Fall treffen sich die beiden in Zukunft dann häufiger, äh, während, ähm, I330, äh, ein gewisses, äh, gewisses Ziel verfolgt, den ihn ständig so ein bisschen so hinterfragt, während D-503 auf der einen Seite versucht, der Vernunft zu frönen und sich fragt so, warum gehe ich überhaupt zu dieser Frau? Ich meine, die Frau ist so irgendwie, versucht so diese ganze Perfektion wegzudiskutieren und es ist doch alles total Unsinn und so. Aber auf der anderen Seite, irgendwas reizt mich an ihr. Bis D-503 eines Nachts dann total schweißgebadet aus dem Schlaf erwacht, noch vor allen anderen Nummern und vor der offiziellen, äh, Wegzeit und er sich überlegt so, was ist passiert? Und überhaupt irgendwas habe ich im Schlaf erlebt? Äh, das ist so mir unheimlich, weil das hatte ich bisher noch nie. Und er geht dann mit zum Arzt und, äh, der erfährt dann so, dass es ein Symptom einer Krankheit ist. Das Symptom nennt sich Träumen. Nur man träumen normalerweise nicht. Und, ähm, die Krankheit, aber das ist keine schlimme Krankheit, die kriegen wir weg. Aber die Krankheit ist, ähm, so, dass sich bei Ihnen, Herr D-503, eine Seele gebildet hat. Und es gibt nichts Schlimmeres für eine Nummer, die alles im Wir-Kontext betrachtet, als eine Seele zu haben, die sich selbst begreift. Und an diesem Punkt beginnt die Welt für den kleinen D-503, Chefkonstrukteur des Integral, ohne dass er es will, eine andere zu werden. Evgenic Ivanovich Samyatin wurde 1884 in Lebedjan geboren. Und damals war er noch der Zar an der Macht. Das war noch, äh, weit, weit vor der Sowjetunion. Und erst recht weit, weit davor, dass, äh, sich der, äh, Ostblock gebildet hat. Und er wurde zuerst, äh, vom Beruf Schiffsbauingenieur, studierte dann später am Polytechnischen Institut in St. Petersburg. Und, ähm, während dieser Studienzeit schloss er sich den, äh, Bolschewiki an. Das waren diejenigen, die dann später die Oktoberrevolution losgebrochen haben und dann die Sowjetunion, ähm, gegründet. Innerhalb dieser Partei hat er sich sehr stark, äh, engagiert für, halt, die Einsetzung des Kommunismus und, äh, halt gegen den Zar. Und er war auch, äh, beteiligt an, ähm, der Organisation, äh, zur legendären Meuterei des Panzerkreuzers Poltjämkin, wozu Eisenstein später dann noch einen Film gedreht hat, wobei der nicht hundertprozentig korrekt jetzt den, äh, historischen Tatsachen entspricht. Und er fing dann auch zu der Zeit an, erste Geschichten zu schreiben, äh, mit denen er schon ein bisschen angeeckt ist damals noch unter der zaristischen Regierung. Wurde dann im Ersten Weltkrieg nach England geschickt, um den Bau von russischen Eisbrechern zu überwachen und, äh, verpasste dadurch die Februarrevolution. Das war halt, ähm, die Revolution in Folge derer der Zar halt, ähm, gestürzt wurde. Und, äh, erst dann zurückgekehrt nach Russland, um dann sich an der Oktoberrevolution mitzubeteiligen, die er dann letztendlich, ähm, dazu geführt hat, dass die, äh, Bolschewiki, gab ja, äh, soweit ich es verstanden habe, mehrere, ähm, Strömungen, äh, des, äh, Kommunismus quasi. Und die Bolschewiki haben sich halt durchgesetzt unter, halt, äh, Lenin. Und merkte relativ schnell dann, äh, dass, als die Bolschewiki erst mal so die Oberhand hatten, äh, das Ganze nicht so ganz so gut lief, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Er hatte eigentlich, ähm, eine sehr, ähm, idealistische Vorstellung davon, dass, wenn der Kommunismus eingeführt wird, dann wirklich, äh, das Volk halt die Macht hat, über die Produktionsmittel und bla und alles, hast du nicht gesehen. Das ist dann leider nicht so geworden. Stattdessen führte das halt zu einigen wirklich unschönen Entwicklungen. Das halt, ähm, ja, also, zur französischen Revolution hätte man gesagt, äh, hat man gesagt, so, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder und das fing halt zu der Zeit auch an, dass halt so, ja, auch innerhalb der Bolschewiki, ähm, einige versucht haben, ihre Position halt, äh, zu festigen und, ähm, die Macht dann letztendlich in die Hand zu kriegen, die richtigen Fäden zu ziehen und, äh, diejenigen loszuwerden, die einem quasi im Weg stehen, was dann im Endeffekt dann auch Stalin geschafft hat. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, war er relativ, ähm, irritiert und auch befremdet davon, wie sich das Ganze dann relativ schnell entwickelte und schon 1920, das war zwei Jahre bevor die Sowjetunion gegründet wurde, hat er dann den, ähm, äh, dystopischen Roman wie er dann geschrieben, indem er halt, äh, mehr oder weniger, äh, ja, seinen Frust, äh, formuliert hat. Das kam bei seinen Mitstreitern natürlich nicht so sonderlich gut an, dementsprechend war er dann auch relativ stark dann, äh, gemieden und, ähm, Anfeindungen ausgesetzt und, äh, letztendlich kam sein Buch auch überhaupt gar nicht in der Sowjetunion oder halt, ähm, vor der Sowjetunion-Zeit kam es in Russland überhaupt gar nicht raus. Stattdessen wurde das Buch, ähm, ins Ausland geschmuggelt und 1925 dann in einer englischen, äh, Übersetzung herausgebracht und später dann noch mal in einer gekürzten, äh, russischen Version, in einer russischen Immigranten-Zeitschrift, was dann letztendlich dazu führte, dass er wirklich so extrem, äh, Spott und Hohn und Hass ausgesetzt war, dass er überhaupt gar nicht mehr, äh, eine Zukunft gesehen hat, innerhalb der Sowjetunion, äh, zu leben, sodass er dann letztendlich Stalin einen Brief geschrieben hat, in dem er darum bat, ähm, ausreisen zu dürfen, quasi, äh, verbannt zu werden, um dann halt, äh, wenn die politische Lage sich verbessert für Autoren wie ihn, dass er dann wieder zurückkehren könne und, äh, erstaunlicherweise ist ihm das sogar, äh, gewährt worden. Das heißt, Stalin, der doch, ähm, doch schon ein ziemlich heftiger Diktator war, hat ihn dann Tatsache ausreisen lassen und ist dann nach, äh, Frankreich, äh, ausgereist, wo er dann im Jahr 1937 dann auch verstorben ist und letztendlich kamen wir erst im Jahr 1988 in etwa überhaupt das erste Mal, war 87, 88 überhaupt das erste Mal in der Sowjetunion, äh, komplett, äh, in der ursprünglichen Fassung raus, also quasi mehr oder weniger kurz vor Schluss, aber über die ganze Zeit dazwischen war halt, äh, das Buch wirklich echt ziemlich harter Stoff und das ist auch, ähm, ziemlich stark verständlich. Also letztendlich, ähm, es fängt ja als Utopie an, so wie auch, äh, der Kommunismus ja eigentlich eine Utopie ist, aber letztendlich, äh, im Laufe des Buches, äh, blättert er quasi immer mehr so die ganzen einzelnen, äh, oberflächlichen Schichten ab und dringt halt immer tiefer ein, wie, äh, dieser einzige Staat, ja, halt strukturiert ist und wie er halt wirklich im Inneren aussieht, dass halt das oberflächliche und das, ja, idealistische Bild, dass der Staat von sich versucht zu vermitteln, nicht so wirklich dem entspricht, was er eigentlich ist und natürlich ist das halt dann nicht so unbedingt die Art von Literatur, die man, wenn man halt, ähm, versucht für das Volk sich einzusetzen auf, äh, diktatorische Art und Weise, die man dann möchte, dass die Leute sie halt, äh, lesen und von daher war halt, äh, eine offizielle Verbreitung des Buches natürlich nicht so unbedingt jetzt, äh, erlaubt und, äh, gegeben. Der Roman hatte an sich jedoch, ähm, äh, auch noch zu Lebzeiten von Sam Martin, aber auch nach seinem Tod ziemlich starken Einfluss auf zwei andere dystopische Romane, zum einen halt von Aldous Huxley, äh, Schöne neue Welt, äh, in welchem ja auch ein totalitäres, äh, jedoch vergnügungs, äh, basiertes, äh, Regime mehr oder weniger, ähm, beschrieben wird und, ähm, wobei halt, äh, sich manche Quellen auch ein bisschen widersprechen, ob wirklich, ähm, ähm, Huxley beeinflusst wurde von, äh, wir, ob er es überhaupt gelesen hat. Wer es aber sowohl gelesen haben soll, das ist George Orwell, der bekannt ist, äh, mit Farben der Tiere und gerade auch mit 1984 und genauso wie Sametins Wir, ähm, ist 1984 auch, äh, so, hat eine ähnliche Entstehungsgeschichte. Beide waren überzeugte Kommunisten und im Endeffekt, äh, entwickelte sich das Ganze aber auf eine Art und Weise, wie die beiden sich das halt nicht vorgestellt haben, das sein sollte, dass halt doch wieder irgendwelche Leute ankamen, die die Macht übernommen haben und halt die Deutungshoheit übernommen haben, um halt irgendetwas zu, ja, installieren, was halt fernab von Kommunismus ist und als Reaktion darauf haben halt beide halt ein Buch geschrieben, Sametin halt, wir und, äh, 1984 halt von George Orwell und letztendlich, äh, führt das dazu, dass halt diese drei, ähm, dystopischen Romane, die halt in dieser, innerhalb dieser doch verhältnismäßigen kurzen Zeit entstanden sind, ja, in ihrer, äh, Dystopie sehr viele Sachen, ähm, erzählt und auch vorweggenommen haben, die dann später Tatsache in gewisser Weise, äh, auch Realität wurden. Und, äh, 1984 gerade in Richtung, ähm, Überwachung, äh, schöne neue Welt in Richtung, äh, Konsum, äh, und, ähm, Vergnügungssucht und wir, äh, erstaunlicherweise in Richtung, halt, wirklich, Diktatur, also wirklich so diese, dieses Ding, dass halt einer oben steht und halt die Deutungshoheit übernimmt und quasi alles wirklich, äh, von vorne bis hinten bestimmt, womit er wirklich, ja, seiner Zeit voraus war. Wer, wie gesagt, er hat das Buch 1920 geschrieben, das war halt noch, äh, vor der Sowjetunion und vor, halt, Stalin und Konsorten und da hat er wirklich diesen, ja, diesen Scharfblick schon gehabt, soweit vorauszusehen, äh, weshalb er auch mit diesem Scharfblick dann durchaus als, äh, der erste Dissident gesehen wurde, der halt, ähm, letztendlich, äh, unter seinen Ansichten und unter seinem Scharfsinn, ja, dann mehr oder weniger zu leiden hatte und gleichzeitig damit ein, ähm, ja, Meilenstein in der Weltliteratur geschrieben hat. Bad Lied. Also im weitesten Sinne habe ich eigentlich, äh, fast alles, was es zum Buch zu wissen gibt, außer natürlich, wie es ausgeht, habe ich eigentlich alles soweit, ähm, schon euch erzählt, so dass mir eigentlich wirklich nur, äh, eine Feststellung bleibt nach Lektüre des Buches, dass es mich wundert, dass es nicht zum Standard-Literatur-Werk gehört, was man in der Schule so dran hat. Also dass man halt, ähm, die Kinder werden halt immer mit Goethe gequält, obwohl man, äh, halt sowas wie Faust überhaupt noch gar nicht verstehen kann, wenn man in der Pubertät ist. Stattdessen wäre es was, wäre es doch weitaus sinnvoller, so ein Buch, ja, wie halt wir, äh, in der Schule zu behandeln, in welchen halt wirklich Ideologien und wie dann halt in der Praxis Ideologien versucht werden umzusetzen, wo so wunderbar dargestellt wird und auch wunderbar verargumentiert wird und gleichzeitig auf eine Art und Weise halt, äh, präsentiert wird, dass man auch lernt, hinter die Kulissen zu schauen und auch entsprechend die richtigen Fragen zu stellen und auch dann halt zu merken, anhand dieser, ja, ich würde es schon fast Allegorie nennen, zu, zu begreifen, ähm, ja, dass nicht jede Ideologie auch wirklich auch das ist, was sie immer so vorgibt zu sein und dabei ist es egal, ob es sich um Kommunismus handelt oder Sozialismus oder, ähm, auch sowas wie Neoliberalismus, dass letztendlich, äh, jede, ähm, Ideologie im weitesten Sinne häufig, egal wie gut sie gemeint ist, schlichtweg einfach an der Realität scheitert, also, ähm, unter anderem daran, dass halt Leute, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, halt, äh, die Möglichkeiten halt ausnutzen, die diese jeweilige Ideologie und die jeweilige, ja, politische Situation entsprechend, äh, beinhaltet, um letztendlich halt doch nur das zu machen, was sie, äh, schon immer machen wollten, schlichtweg einfach, äh, der Big Boss sein und das war es dann auch schon und bei allen Büchern, die ich so in Bezug auf Totalitarismus gelesen habe bisher, unter anderem halt auch 1984, ähm, drückt kein, so, kein Buch ist so klar und verständlich aus wie halt wir und macht das vor allen Dingen auch auf eine wirklich interessante, einfache und trotzdem humoristische Art und Weise verständlich und das finde ich sehr großartig und bemerkenswert an den Buch und deswegen, ja, es bekommt von mir eindeutig eine Leseempfehlung, also, falls ihr wirklich, äh, das Buch noch nicht kennt, kaufen, lesen und wirklich echt beeindruckt sein davon, wie visionär das Buch ist, äh, äh, in einer Zeit, in der die Welt, gerade auch Europa und auch, ähm, ja, Russland sich, äh, sehr stark im Umbruch befand. Wir von Yevgenitsch Samyatin, aus dem Jahre 1920 erschienen, im Verlag Kiepenheuer und Witsch, in der Übersetzung von Gisela Drohler und auch in der originalen russischen Variante inzwischen gemeinfrei im Internet verfügbar, bekommt von mir eindeutig eine Leseempfehlung. Das war's von mir mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie, äh, die ISBN und andere Bezugsmöglichkeiten für das Buch findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mespotine.de Dort, äh, findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr die Sendung unterstützen könnt und könnt ihr auch in die Kommentare posten. Den Link zur Facebook-Seite facebook.com slash fantastica podcast und, ähm, ja, könnt auf die Art halt, ähm, mit der Sendung in Kontakt treten über Kommentare, über die ich mich, äh, reitig freuen würde. Und ich möchte die Möglichkeit auch gleichzeitig nutzen, mich dafür zu bedanken, dass es schon Rückmeldungen gab und auch, äh, Unterstützung in Form von Flatterklicks. Herzlichen Dank an, äh, all diejenigen, die das getan haben. Und, äh, ihr könnt natürlich die Sendung auch weiterhin unterstützen. Vorrangig halt mit, äh, Rückmeldungen und, äh, auch mit, äh, Buchempfehlungen, also gerade so, was ich noch unbedingt lesen muss für die Sendung. Da bin ich auf jeden Fall sehr offen. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ach so, ich, äh, ab dieser Episode verwende ich nicht mehr das, äh, äh, Sternchen-Bewertungssystem weil das ist ein bisschen so, naja, wenn ich jetzt drei Sternchen vergebe, ist das jetzt eine Leseempfehlung oder nicht? Weil so irgendwie, äh, irgendwo zwischendrin ist und nicht so, nix Halbes und nix Ganzes. Und daher, denke ich mal, ist es weitaus sinnvoller, wenn ich einfach sage, eine absolute Leseempfehlung oder eben halt keine absolute Leseempfehlung und die, ähm, Einordnung, ob das jetzt so für Einsteiger geeignet ist oder nicht, gebe ich ja meistens schon ein Fazit mit an. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ansonsten, achso, ähm, dem einen oder anderen, dem zwischendurch immer mal wieder die Ohren geklingelt haben, möchte ich um Nachsicht bitten, wenn ich, äh, russische Namen und Bezeichnungen ein klein wenig, äh, ja, nicht so sonderlich gut ausgesprochen habe, da ich kein Russisch kann, kann ich da halt eigentlich mehr oder weniger nur raten, also seht es mir nach, wenn ich da ein bisschen mich vergriffen habe und es seht mir auch nach, wenn ich jetzt, äh, die, ja, äh, russisch-sowjetische, äh, Revolutionsgeschichte ein wenig vereinfacht habe für den Podcast, denn eigentlich geht es ja um das Buch und nicht unbedingt jetzt, äh, um eine, ja, geschichtliche, einen geschichtlichen Abriss, zumindest jetzt nicht so in diesem Detail, aber da gibt es auch mehr als genug Literatur zum Thema. Das war's dann soweit. Bis zur nächsten Episode im Jahr 2014 wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht mir ja nicht aus, nicht, dass ihr mir da irgendwie euch die Ohren brecht auf den glatten Straßen, obwohl es ja relativ warm zur Zeit von daher wird das wohl nicht so das große Problem sein, aber auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und werde euch dann im, äh, neuen Jahr mit weiteren Science-Fiction-Büchern aus dem ehemaligen Ostblock beglücken. Bis dahin, aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Mio Mesputin an der Sprechgarnitur. Bis denn! 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 Bis denn!